Da der Wack-Error im Moment scheinbar wieder seine Runden zieht und ich weiß, wie ich ihn zumindest bei mir immer beheben kann, sage ich euch geschwind, wie das geht. Und zwar startet ihr Steam einfach als Admin. Wenn ihr Steam als Admin startet, dann werden alle Spiele aus Steam auch als Admin gestartet, unter anderem auch CSGO. Und dieser Admin-Start verhindert eben diesen Wack-Error. Das liegt wahrscheinlich an irgendeiner Verifizierung oder an irgendwelchen Integritätsproblemen, keine Ahnung, was da genau diesen bescheuerten Fehler hervorruft, aber wenn man das Spiel als Admin startet, und wie gesagt, dafür reicht es eben, Steam im Gesamten als Admin zu starten, dann ist der Fehler behoben. Bei mir hat sich der Fehler übrigens mittlerweile wieder von selbst behoben, also ich kann Steam auch wieder ohne Admin starten, beziehungsweise Counter-Strike ohne Admin spielen, aber ich musste jetzt bestimmt eine Woche, zwei, zweieinhalb Wochen lang immer als Admin spielen, sonst hat mich Wack nicht spielen lassen. Falls du YouTuber oder Streamer bist, also deine Spiele abfilmst, dann musst du auf jeden Fall auch dein Programm, das du nutzt, um die Spiele abzufilmen als Admin starten, weil sonst dein Programm eben nicht die Rechte hat, das Spiel abzufilmen, also OBS und Co. auch einfach als Admin starten. Ich denke, ihr wisst alle, wie das geht, rechtsklick auf das Programm, das ihr starten wollt, und dann eben auf als Admin ausführen klicken und schon geht's los. Ihr könnt auch einfach unten links auf die Suchleiste gehen, also in Windows selbst auf eurem Desktop, dann Steam eingeben, rechtsklick auf das erscheinende Steam-Logo und dort eben auch als Administrator ausführen und schon läuft die ganze Geschichte. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen helfen, haut ordentlich rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.